Jolantru und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren abendlichen Offizier-Video. Und heute möchte ich über Beckett Mariner reden. Aber bevor wir über Mariner reden, noch der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, dann abonnier den Kanal doch bitte. Und wenn du das tust, klick auch bitte die kleine Glocke und die Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Und noch ein zweiter kleiner Hinweis, bevor wir dann wirklich mit Mariner starten. Es gibt jetzt auch einen Outside Views SDFC Deutsch Discord Server und dazu gibt es einen Beitrag auf meiner Kanalseite, aber auch einen Link immer in den angepinnten Kommentaren unter den Videos, den du benutzen kannst, um dort beizutreten. Und wenn du das tust, da steht, wie man sein Serverprofil benennen soll, nämlich mit der Nummer deines SDFC Servers und deinen Spielernamen. Das wäre ganz nett, wenn du das dann auch so einrichtest. Würde mich auf jeden Fall freuen, ganz viele von meinen Zuschauern da zu sehen. Da gibt es ja nicht nur die Videothek, da gibt es auch eine Datensammlung, die ich angefangen habe. Da gibt es Umfragen, da gibt es natürlich auch Quarks mit verschiedenen Themenbereichen, wo man sich unterhalten kann. Und ich hoffe, dass es ganz spannend wird auf Dauer. Jetzt ist es ja alles erstmal noch neu. Aber jetzt lasst uns über Mariner reden. Und da sind wir wieder bei Lower Decks und den sehr geteilten Meinungen der Leute, ob sie Lower Decks gut finden oder nicht. Also ich mag Lower Decks und ich habe auch alle Staffeln gesehen und warte auch auf die nächste Staffel. Und deshalb hat es mich jetzt nicht so gestört, als die Lower Decks hier eingeführt haben, gerade wegen der Unterdeck-Fähigkeiten, die die mitgebracht haben, die richtig hilfreich sind in diesem Spiel. Beckett Mariner ist ein epischer Offizier. Sie gehört zur Klasse Kommando. Was witzig ist, da sie keine Kapitänsfähigkeit hat, wie wir gleich sehen. Aber nichtsdestotrotz braucht man Kommando-Abzeichen, um sie dann hinterher abzugraden. Sie gehört zur Gruppe Unterdeck. Ist klar, sie ist ja Unterdeck, Unterdeck, Unterdeck. Und gibt dann eben Synergie an Unterdeck-Offiziere, die eine Kapitänsfähigkeit haben, wenn sie mit auf der Brücke ist. Und sie ist von der Fraktion Föderation. Das heißt, man braucht Föderations-Credits später, um sie abzugraden. Wie gesagt, sie hat keine Kapitänsfähigkeit. Finde ich etwas rüde, dass sie geschrieben haben, untauglich zur Anführerschaft. Sie hat Bäumler schon aus einem rausgeholt, auch wenn sie selbst immer Chaos macht. Aber sie hat eine Offizierfähigkeit für die Brücke und die heißt Komm mal klar. Ja, wenn ich Lower Decks gucke, komme ich manchmal nicht so klar, aber das ist auf jeden Fall. Beckett Mariner verstärkt den Angriff aller Offiziere auf dem Schiff um 5%. Ist jetzt nicht gerade weltbewegend, aber wenn man es braucht, kann man auch Mariner dort einsetzen. Ich setze sie aber im Normalfall eher Unterdeck ein, wenn ich sie brauche. Und ihre Unterdeckfähigkeit ist beflügelnd, denn Beckett Mariner erhöht den Waffenschaden des Schiffes um 70%. Das ist natürlich sehr hilfreich und wenn man bedenkt, auf den letzten zwei Servern, wo ich gespielt habe, wo es noch keine Unterdeckfähigkeiten gab, konnte man Offiziere da reinsetzen, um die Gesamtpower des Schiffes ein bisschen zu stützen. Aber diese Unterdeckfähigkeiten sind heute viel, viel, viel wichtiger. Und eben auch, wenn Mariner den Waffenschaden erhöht, jede Hilfe beim Waffenschaden ist willkommen. Und deswegen setze ich Mariner schon regelmäßig ein, auch wenn ich sie jetzt gerade nicht auf einem Schiff habe. Als epischer Offizier hat sie natürlich drei mögliche Fähigkeiten für Außenteamaufgaben. Das ist bei ihr einmal Krieger, einmal manipulativ und einmal impulsiv. Wie du siehst, habe ich da noch nichts freigeschaltet, weil ich sie bis jetzt eher Unterdeck auf Schiffen eingesetzt habe. Das kann sich ändern, wenn sich die Zahl der Unterdeck-Offiziere noch weiter erhöht. Am Anfang waren es ja natürlich nur ganz, ganz wenige. Da hat man alle, die man hatte, auf dem Schiff gebraucht. Jetzt werden es immer mehr, weil auch die aus den anderen Storys wie Picard und jetzt auch von Deep Space Nine und von Star Trek Enterprise und so weiter gibt es immer wieder Unterdeck-Fähigkeiten. Und da hat man dann natürlich eine ganze Reihe von Offizieren mittlerweile. Aber trotzdem, ich werde mal sehen, ob ich sie in Zukunft hier auch upgrade, aber noch habe ich es nicht getan. Du möchtest natürlich auch wissen, wo man heutzutage Mariner bekommt. Ich habe sie schon bekommen, als Lower Deck als Erzählbogen damals angefangen hat bei dem Update. Heute bekomme ich Teile dann aber hauptsächlich über die Support-Raffinerie und das wöchentliche Cerritos-Event, denn hier gibt es Mariner-Teile. Und da kann man auch richtig Glück haben, wenn man viel Glück hat. Und es gibt ja Leute, die haben sowas. Ich habe ja die Story schon mal erzählt mit den zwei aus meiner Allianz. Der eine mit extrem viel Glück, der andere mit extrem wenig. Und wenn du so einer bist wie Wiz, dann hast du vielleicht das Glück, hier 120 Back-It-Mariner-Teile sofort zu ziehen. Oder eben auch 60 oder vielleicht nur fünf oder zwei oder eins. Aber es ist möglich, tatsächlich mit einem Pull hier Mariner zu kriegen. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht besonders hoch, aber wer Glück hat, hat vielleicht das Glück. Und ansonsten müssen wir dann doch noch mal zu den Offizieren, denn Back-It-Mariner, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie bei den Missionsschlüsseln auch noch mit dabei war. Denn Tandy, nee, hier war nur Tandy dabei. Aber sie ist auf jeden Fall im Moment bei den Transporter-Musterpuffern Offizieren. Und Transporter-Musterpuffer liebe ich. Da werde ich demnächst auch noch ein Video drüber machen. Das habe ich auf dem Kanal hier auch noch nicht. Transporter-Musterpuffer sind klasse. Und hier gibt es eben auch Back-It-Mariner, wenn du schon Transporter-Musterpuffer hast. Ich finde dieses Wort nervig, aber sie heißt nun mal so. Dann kannst du ja tatsächlich auch gezielt Back-It-Mariner-Teile holen. Ich weiß ja nicht, wie deine Meinung ist zum Thema Lower Decks insgesamt, zur Serie, zu den Offizieren, dass sie die hier eingeführt haben oder auch zu den Unterdeckfähigkeiten, aber eben auch zu Back-It-Mariner. Wenn du uns deine Meinung mitteilen willst, schreib es bitte in die Kommentare. Und wenn du ansonsten Fragen oder Video-Wünsche hast, freue ich mich auch immer über deinen Kommentar. Du weißt, ich lese die regelmäßig und versuche dann die Fragen zu beantworten und Video-Wünsche zu erfüllen. Und wenn du auch nur Hallo sagen willst und aus welcher Stadt oder aus welcher Gegend du kommst, du weißt, dass ich mich immer sehr freue zu sehen, wo meine aktiven Zuschauer herkommen. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, YouTube hat eins von meinen Videos für dich hier ausgesucht im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.